Hey Juri, Alter, was ist? Ich hab mir gedacht, du machst jeden Tag zwei Videos. Wieso nicht? Hab ich eh gemacht. Aha. Schaut aber nicht so aus, wenn man auf YouTube geht. Shit, ich hab's noch nicht hochgeladen. Na lol, was ist denn das für eine Scheiße? Was bist denn du für ein Versager? Na und dann lade ich halt heute alles hoch von den letzten Tagen, was ich gemacht hab, als würde das so einen großen Unterschied machen. Bis zum nächsten Mal.